Hallo und herzlich Willkommen zu einem kleinen Let's Play. Ihr seht Dungeons & Dragons Dark Alliance. In meiner Seite, meine Frau kennt ihr bestimmt Isabeau 344. Barframe. Bestes Beispiel. Gucken Sie sich die anderen das eigentlich auch an? Die anderen. Wie heißt man denn gleich? We want one man. Ich glaube nicht, ob er sich das anguckt. Er weiß doch nicht, was in seinem Kopf geht. Kann ja wirklich sein. Er spielt lieber sein Stadion Valley. Jetzt kriegt der Scheitkater. Das hat man doch nicht. So. Entweder kommt meine Frau bei mir rein oder ich bei ihr. Aber ist letztlich schon tot. Ich habe jetzt nicht online gestellt. Oder sowas. Viel Spaß bei dem Video. Ich habe jetzt nicht mehr. Brunner Bat-Lammer. Der Dwarven King. Hard and soft. Aber seine Achse ist sharp. Und seine Daughter adoptive. Katibri. Der Archer. Destin zu sein. Der B doofe. Wolfgang, son of Beorlegar. If he can master his rage, he will be dangerous. Drizzt de Worden, the Drow outcast. If you can match his... If it would be so simple. He could be the key to everything. They care for each other. Something to be exploited, perhaps. But their bond is strong. Regardless, they failed to secure the shard from that fool castle. It's out there. Exposed. For the taking. And now... It will... Be... Mine. 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 Yeah, yeah, yeah. 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 So, man sollte mal anmelden hier. So, das wäre unser Unterschlupf hier. Oh Mann! So, ich habe schon ein paar Trophäen. Oh Mann! Was wäre die Karte? Wir haben schon ein bisschen gezockt, wie man sieht. Das hier unten ist neu. Es gab ein riesengroßes Update von 16, irgendwas Gigabyte. Aber man kann nicht weiterleveln als mit Level 20. Ha! Das ist ja der Witz. Aber okay. So. Ich stelle mir erstmal Freunde und laden dann erstmal rein. Wenn wir können. Wenn es mal macht. Okay. Zehn Jahre später. In den Hallen der Toten. Das kann aber schon sein, dass einer reinkommt, weil die warten nur drauf. Zumindest der eine. So. Man hat schon Level 14. Das sind zwei legendäre Sachen. Bist du schon drinne? Bist du schon drinne? Ja, das ist offensichtlich. Okay. Das Gnome hat Regis auf dem Gehirn. Sinn dieses Let's Plays heute ist. Wir werden gleich, wenn eine Frau drinne ist, auf öffentlich stellen. Da kann ja noch einer mit. Und dann gucken wir mal. Was sie so beziehen. Die anderen Leute. Und offensichtlich. Wenn es überhaupt einer spielen tut noch. Wird schon die erste Mission mal nehmen? Ach Junge macht doch mal, wenn ich das sage. Na mal gucken. Ich kann es dir noch sagen, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Der höchste der höchsten. Stube 6. Keine Ahnung was das ist. Ich glaube, wir haben noch, oder? Oh mein Gott. So, das werden wir mal wieder sehen. Wie ihr seht, das ist meine Frau, Stufe 20, Attribute, pum pum pum. Ich glaube Stärke kann ich bei ihm auch nicht weitermachen, der ist auch gelb wie bei dir. Ich habe jetzt Stärke 30 und den Rest kann ich auch noch aufbannern, aber ok. Wollen die mich heute verarschen? Kann das sein? Ich bin bloß noch auf dem Abend, da hast du aller höchstes Glück. Ich bin bloß noch ein Treues daher. Der Gift ist auch noch. Das ist so schlimm. Na wie gesagt, dann zählen wir dir eine Mission hier und dann machen wir heute Abend weiter. Kann ich das andere noch aufnehmen? Ja, 323 Treffer. Wie gesagt, das ist die erste Mission, die anfängt. Viel Spaß mit dem Video. Mmh. 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 Ah, ich muss ihn halten, bitte. Die Dwarfs sind weg! Die sind unsere Lands jetzt! Tear es jetzt! Tear es jetzt! Die Dwarfs sind weg! Tear es jetzt! Oh mein Gott! Ich denke, dass die Dwarfs ist! Sie kommen zurück! Wenn es einfach wäre, wäre es auch langweilig, oder? Das ist genau wie bei Big Clock. Einfaches Bedulnis. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist mein Haus, Wolfgar. Und so viel, wie es wäre, wäre es so. Es wundet Brunner, um es von ihm zu sehen. Es wundet mich, um ihn zu verletzen, um ihn zu verletzen, um die Verlust von einem anderen Haus zu verletzen. Also wir haben jetzt Stufe 6. Warte mal, das kann man gleich mal... Da, das sieht man an der Seite, Stufe 6. Das müsste komplett hoch... Das ist komplett höchste. Die höchste Stufe, was man hier im Spiel einstellen kann. Ich weiß nicht, wie es heißt. Egal. Hier hat man dann so ein komisches Feuerchen. Ich glaube, die ist schon offen. Nein, die ist noch nicht offen. Nein, die ist noch nicht offen. Nein. Was ist denn, eine Rüstungskiste da hinten, oder was? Ja. Ungewöhnliche Armschienen, oder? Und wie ihr seht, auf Stufe 6 zieht das übelst ab. Ich dachte, du springst doch runter. Ja, zeig mal den Kristall. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Das nennt man so eine Kristalle. Und wenn man dann drauf schießt, kommt dann entweder seltener Kristall, epischer oder legendärer. Oder gewöhnlich, ungewöhnlich und pipapo. Das nennt man so ein Sprengfänger. Für sie ist das kein Problem. Das ist meine Attacke. Es geht nicht. Das ist meine Attacke. Ich hatte es nicht. Ich habe es nicht. Aber ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das ist meine Attacke. Ich bin gespannt, wie er ist. So, hier kann man rasten, das tut deine Lebensenergie und alles hochladen oder man kann die Seltenheit des Drops erhöhen, das heißt bis zu 4 oder 5 kann man erhöhen und in den Kisten hat man Geld und ab und zu mal Ausdauertränke oder Lebensenergie. Wir haben aber noch einen Zwergenfuzzi für Dienste, Optionale, stehen da unten dran, Optional, das sind die Konischen Krüge, 2 von 8. Und hier haben wir noch Tafeln und Pipapo, das ist ja, grün, seltene Armschäden, das was man gesammelt hat, das sieht man dann nachher, wenn man beendet hat. Und hier gibt es einen besonderen Trick, für diejenigen, die erst anfangen. Wenn du das schaffst, hier oben erstmal, oder? Kleiner Lauch. Ich werde jetzt nicht nur kommentieren, ich werde auch ein bisschen mitmachen, wenn ich kann. Also der Tipp ist, von hier oben erstmal, die hier vorne weg zu machen. Und auf Stufe 1, wie ihr anfangen könnt, nur, weil ihr nicht so viel Stärke habt. Nach Höchstfall 2, ich würde auf 1 anfangen, dann ist das hier gut, die von hier oben zu machen. Und dann kann man noch hier runter gehen. Oh. So, dann habt ihr hier überall ein Feuer. Sie brügelt gerade noch da oben alles raus. Wenn der Rüstet gibt, dann musst du warten. Oh, das Vieh ist hartnäckig. Warum? Kriegst du denn nichts oder was? Ja, du stehst zu weit weg. Ja, ich krieg dann nichts, wenn du die jetzt eröffnest. Zu spät. Ich will trotzdem gucken. Ja, ja, kannst du trotzdem gucken. Ich hab unten schon alles aufgemacht. Ich stehe jetzt da, wo die Kiste ist. Ich stehe jetzt da, wo die Kiste ist. Boah, Glück gehabt. Weil ich oben drüber stand. Ja, ok. Mach's nur da. Mach's nur da. Da sind dann nochmal so eine Figuren im Weg. Die müssen dann erstmal auszuschalten werden. Eigentlich waren das Menschen. Also hier die Viecher. Ja, das sind die Viecher. Die sind bloß eingefroren. Hast du doch gehört von dem Drachen? Ich werde euch schreiend einfrieren. So, jetzt kommt man von unten ran. Und das ist ein bisschen eigentlich... Ja, sag ich doch noch Gegner. Ach so, jetzt kommt noch immer wieder vorbei. Wollen wir die Kiste öffnen, kommt das wieder? Ja, wir müssen ja... Wir müssen mal runter ran. Mach schon mal auf. und weg und weg es kommt noch mehr für den anfang sind die natürlich stark logisch was denn denn du ja es hat immer in schlache eben auch hier ja ich muss dir das killen bevor ich dich wiederhole ich habe ganz vergessen ist der stupe 6 ich blockiere den einen guck mal der trampelt mir ins gesicht rum vor allen dingen sie ist fernkämpferin ja und muss ganz nah ran gehen damit zu schaden macht ich glaube die haben da was bei der herstellung verkehrt gemacht oder verkehrt die dach und ich habe nur einen fernangriff den ich immer mache oder wenn ich immer wegfliegen meister mokklaz der pikser steht da unten schon und so was nennt man einen dicken mann Ich brauch bloß immer auf einen von den armen Füßen. Na ja, sofort Kritt. Also, was? Also, was? Also, was? Also, was? Also, was? Hm? Nun kann ich ja nicht angesehen. Weil ich im Weg bin. Nee, du stehst da neben mir bei mir. Neben mir bei mir. Das fällt mir vielleicht. Ach, komm hier. Ist der noch? Ja, ja. Der steht gerade auf. Jetzt aber nicht mehr. Meine Attacke macht nicht so viel Kritt. Jetzt steht doch mal meiner. Alter. Halt doch. Halt doch. Oh, du Penner. So. Genau. Musst du noch sagen, dass ich die komischen Schießdinger hier auch noch abschieben muss. Na ja, hab bestimmt. Aber ich hab... Mach hier schon. Also, wie gesagt, als Nahkämpfer sich hier einzumischen, das ist Selbstmord. Ich mach erst da drüben, bleib hier drüben stehen. Na ja, mach ich doch. Oh, du meinst, ich bin Wahnsinnig und renn da nochmal rüber? Ich bin Wahnsinnig und renn da nochmal rüber? Junge, wirst du das wohl machen? Und da unten steht der Piekser. Da unten steht der Piekser. Da muss ich auch nach vorne lagen. Putt, 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 putt. Und... Okay, schön weggeflogen. Schön weggeflogen. Da kann man schon ein bisschen gucken. Kann man schon ein bisschen gucken. Zwei seltene. Zwei seltene. Ein Ungewöhnlich? Ein Ungewöhnlich? Was ist anderes? Tust du mir mal einen hier fallen? Geh mal den Leiter runter. Lock den hier vor. Sodass man das, äh, äh... Weil du kommst daran nicht übers Eis, weißt du? Dass der Drop hier vorne hinschlägt. Dass er hier vorne an der Ecke ist. Ja. Wo bist denn du? Hier vorne die Leiter, meinte ich. Das Vieh so jetzt... Ja, warte doch mal ab, Mann! Ach ja, stimmt ja. Da war ja was da oben. Ja. Ich hab's total vergessen. So. Oh. Dann kann ich... Sodass er nämlich hier an der Wand geht, wisst du? Und ich den, äh, vorne hab. Und nicht da hinten, jedes Mal am Eis, weißt du? Komm her! Ich kann's ihn umdrehen! Gebt hoch! Bitte. Ich hab ihn blockiert. Oha, danke! Ich bin wirklich tot. Okay. Ich versuche erstmal schnell... Ja, zieh auf so eine Menge. Komm, ich lieg oben, nicht unten! Jetzt, äh... Es war Roto nicht abgesaugt. Ich kletter nicht nochmal runter, weil der macht's nämlich nicht. Ja, hab ich mitgekriegt. Ja, hab ich mitgekriegt. Doch, der bleibt da stehen, dann können wir den Drop nämlich einsammeln. Aber du kannst doch so, jetzt ist irgendwo Feuer. Ja, aber, äh, du bist auf dem Weg dahin, wie jetzt bei dem Löffel verreckst du. Ach, gib mir nicht an. Man hat auch die kleine Sprungtaste, weißt du? Sprungtaste, weißt du? Oh! Ich hatte gerne versucht, da hinten hin. Ich will nämlich die anderen Trotz, aber von der anderen Seite mit Feuer einsammeln. Ja, du kannst doch auch auf die Arme schließen. In den Sack. Ja, in den Sack. Ja, ich will nicht die Arme schließen. Also, auf der anderen Seite mit Feuer und Entsteck schließen. Ich muss dich im Zack. Das ist nicht mein Blatt. Das ist manchmal, wenn du die Arme schlägst. Das Fleisch soll nicht zurückgehen. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich wurde gelassen. Ach, scheiße. Ja, dann mach wiederbeleben, die Viecher kommen ja nicht. Ich komme da nämlich nicht ran. Warte mal, ach ja. Ich muss ja irgendwie ran, weil das ist eine Rüstungspiste, du Lauf. Du stehst ja da, bleib da. Ja, ja, ich bleib da. Oh, wie gut, dass ich ein bisschen Eis habe. Ach so, ich war noch nicht offen. Ja, ich war noch nicht offen, genau. Das ist ja unmöglich hier vor. Oh, die hier hinten. Das ist eine normale Kiste, wa? Ja, ja. Hier liegt noch jetzt. Und raus. Dann seht ihr halt... Ja, siehste. Jetzt mach das nicht. Meine Fresse. Dann seht ihr hier mal ein paar Tode. Das Spiel ist absolut nicht leicht, Leute, also bittet euch nicht ein, dass ihr so leicht durchkommt, auch wenn ihr ein höchste Level habt. Ich kann doch nicken. Ich kann doch gleich dazu sagen, unten vorrennen und einfach draufstürzen, wie es die anderen hier andauernd machen, das bringt den Jäger auf jeden Fall jedes Mal zur schwersten Arbeit. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Wirklich auch nicht. Okay, renn mal vor. Und ich komm zurück. Tschüss. Junge? Du? Ach, blödes Scheiß-Booge. Mann, ey! Mann, ey! so da hat man mal gesehen level 20 kann auch auf die fresse kriegen und jeder der behauptet du spielst einfach, der kriegt wohl mehr in die fresse haha, Mauer nicht du, scheißviech warte mal, schieße noch mal Warum schießen? Weil Meister die Toten im Weg stehen. Hier ist noch eine Kiste. Nachdem wir die Kiste geöffnet haben, glaube wir das Wasser, wenn du raus gehst, schweizt die Trophäe, weißt du? Warum? Oder ganz oben bleiben. Diese Feinde sind zum Kotzen. Hier ist nämlich ein Punkt, was wir kriegen noch. Normalerweise, aber du kriegst ihn nicht mehr, glaube ich. Bei mir leuchtet der noch. Wie leuchtet der noch? Nee, der kommt immer wieder. Ich kann sammeln. Ich kann den Punkt sammeln. Ja, sammeln, aber... Sammeln doch. Aber du kriegst ihn nicht draufgepackt. Du kannst jeden Punkt nur einmal. Nicht weit oben. Achtung! Da kommt ein Ballettkämpfer. Ballettkämpfer. Ach, zieh doch den Scheißbogen. Das bringst du ja zu mir! Was soll denn das? Na, ich hab ja immer zu der Draht gegeben. Was meinst du, warum ich jetzt hier hochkomme? Weil ich das so... Wann so nichts? Scheiße. Ja. Das meinte ich. Was ist das? Du Arschloch! Ja. Ein Stück weiter muss da rennen. Die sind auch fallen, wie du meinst, ja? Du Lauch. Ja. 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 Der Bogen hat wohl noch nicht gezogen. Ich weiß nicht, warum die das so blöde gemacht haben, aber... der hat wieder nicht gespannt. So, ich hätte doch nicht mal hingebrotet zu dir. Was will ich auch? Doch. Doch, jetzt doch. Junge, da läuft ein Zeit oben ab. Falls es noch nicht mit dir kriegt das. Okay. Das scheiß geht durch jetzt weg. Mensch, geh doch mal weg hier. Ich geh doch mal weg hier. Oh, so. Hau doch mal ab. Hau doch mal weg. Hau doch mal weg. Hau doch mal weg. Kann das sein, dass wir heute ein paar Krüge übersehen haben? Wiss ich nicht. Wir haben bloß Zweier. Zweier. Ach im Ernst? Ja. Aha. das ist jetzt nicht und hier wäre die treppe nach unten nur mal so mal so hat einer von oben zurück ja ich bin zurück wie weit sollte noch zurück soll ich da ja anfangs hinlaufen oder was habt ihr gesehen wie wenig das ziehen ich bin fernkämpfer normalerweise nicht von weiten schaden machen dafür tonne ja 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 Ich lockte ihn mal ein bisschen. Ich lockte ihn mal ein bisschen. Schmeiß noch eine Balle. Noch eine Balle. Noch eine Balle. Fängt er an schon, weil er muss ich noch nichts bringen? Und wer jetzt auch gerade Ringe Flashpacks hat, sehr gerne. Könnt ihr euch gerne einen Kommentar auslassen über das Spiel. Und so schreiben sie gerade? Ich bin doch nicht live. Ich bin doch nicht live. Was ist so kalt. Mann, die haben jetzt gerade Flugstund ja bei dir. wo er noch schießen kann man schließen ich habe ja auch nicht weiter geschossen doch bei mir schon ich habe die letzten Schuss abgeben Ach man, Pisser, Pisser. bei dir hinten stehen oder und nehmt immer geht er nicht ja los bei pio stehen kurz die hobbit zu hat er den super benutzen wenn man hat der flugstunden wo ich hier mich anstrenge wie so eine bescheuerte du bist ja auch zu hoch ungewöhnliche armen schienen jetzt haben wir erst den vierten da kommt gleich was hier oben mann sammelt doch Das Schild bleibt natürlich stehen. Und jetzt sind die da hinten, küsst du? Ja, seltener Kriegshammer. Wir sind schon bei 47 Minuten. Achtung! Links! Kommt der Nächste! Ja, ich kill dich! Kannst du mich killen? Tja, die Frage ist jetzt beantwortet, oder? Oh ja, passt! Nach dem Kampf krieg ich mal eh noch hoch. Guck mal, dass ich die Scheiß-Marie habe. Ey, du Sau! Warte, ich komm gleich wieder. Ich muss dich verstecken. Da ist der Oberheule. Die krieg ich nie weg. Ja, ich bin gefallen, ich weiß. Aber hast du ja gesehen, der hat mich bloß eh mal erwischt und ich war weg. Was musst du machen? Also der Dicke hat dir bloß ein bisschen runtergezogen. Der Magier hat dich gar nicht getroffen. Der hat dich das zweite Mal rangezogen, da warst du weg. Hm? Der muss dich zwei Mal ranziehen, nicht bloß einmal. Magierviecher, ey. Du Körger ist ja. Du weißt. Die Körgücker, ey. D cannibar! Du weißt, du weißt. Weißt du's Waste warst duge. Ja! Du weißt du weißt du. Was ist denn? Ich würde die ja hier vorne genommen haben. Alle Kränze. Ach nee. Ich mag ja genau deswegen. Ja, da hinten war noch Magier und da lebt er noch. Genau. Der ist nicht so krass. War mir nicht dran richtig. Achtung. Wie denn? Du blockst dich immer, wenn ich rückwärts lobe. Ich block dich überhaupt nicht. Ich stehe hier in der Ecke, Jungchen. Okay. Ich such immer bei dir und komm nicht weg. Ja, ja, ja. Stopp. Halt ab. Ich hätte nur noch meine Super, aber da müsste ich hinrennen. Wenn ich das überlebe, ist jetzt Hüttefahre. Nein. Nein, man liebt es eben nicht. Doch, wenn ich die Super mache, bin ich ja unverwundbar in der Zeit. Aber das hinrennen, das wird schwierig. Oh Mann, lieber, ich hab dich gefressen. Hier ist der Fette dran. Komm, du blöde Schi. Ja Leute, ich kann nicht viel ausrichten. Ich kann nicht viel ausrichten. 13.000 an Kohle schon. Vielleicht werde ich endlich mal Level 5 ziehen. Und die Attacken brauchen zu lange zu gut planen. Das ist einfach zu lange. Wir haben ein Bogen. Wie der ist voll gespannt, ist das hätten wir sparen können. Ja, das meine ich ja. Und meine Attacken, wo ich die wegschleudere, der hat auch zu lange. Die muss sofort vor der Kampf bereit sein. Dann ist es richtig gut. Und vor allen Dingen, äh, als Gartenkämpfer, dass du von Weitem keinen Schaden machst. Das ist ja der Witz. Und auch noch, der wird aufgeregt. Cool, erst mal. Guck mal, wie lange die zieht. Jetzt ist er erst mal die Schaden. Da kommt schon einer mit Bogen. Der laufig will unbedingt sterben. der sterben wollte ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung Wir sind jetzt aktuell auf 3, jetzt haben wir auf 4 aktuell. So, jetzt haben wir Nummer 5 von den Krügel. Ich habe schon durchgeschoben, okay. Die müssen ich so jetzt den Weg darüber machen, wa? Mach ruhig sein. Aber was? Ja. Unsichtbares Feuer. Ja, ich seh's nicht. Ich seh's auch nicht, deswegen. Ist ja wieder witzig halt, also echt mal. Also da drüben ist eine Kiste und eine Tafel und Pipapo und Pimmelswerk. Und ihr seht da eine selte ist Feuer, aber hier müsste auch Feuer sein, aber das sieht man nicht gerade. Na? Natürlich runter. Jetzt kommt sie natürlich dann hier hinten an. Hier. Mit Feuer. Feuer. Mit Feuer. Und hier, das Rätsel kennst du auch. Ich hab das Rätsel kennst du auch? Die ist hier, das Rätsel kennst du auch? Schau, davon haben wir uns schon einsteigen gesammelt. So, ich möchte, dass du gleich zur Truhe durchrinst. Geht da oben, oder was? Ja, sofort. Achtung! Ich müsste 5.000 ziehen, umso weiter umso mehr, weißt du? Ja, genau so wie beim Schauschützengewehr. Je weiter weg, umso mehr Schaden machst du. Ja, hier ist es umso weiter umso weniger. Ja. In dem Spiel. Hier unten, unten, unter dir steht noch einer. Nimm mal den. Das merke ich gerade. Und der ist erledigt. Komm gleich, sowieso neue. Soll ich hier oben stehen bleiben? Kommen Sie? Kommen Sie? Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Und gleich wieder weg. Gleich wieder weg. Boah, den Fischer. Naja, du schießt die wieder nach hinten. Ja, das ist ja noch das neue Fischer, Fischer, Fischer. Wir sind schon bei einer Stunde, Alter. Bei einer Stunde, Alter. Mhm. Wir brauchen meistens 2-3 Stunden für die Schierigkeitsgraden. Jetzt kommt der neue. Und bleiben natürlich hinten stehen. Bleiben natürlich hinten stehen. Mhm. Hast du genicken? Ja, ich brauche nicht so ein Lock vor. Ich könnte schießen und einer lockt die immer ein bisschen hinten näher. Und jetzt kommt gleich, ne, nicht vor, sondern brauchst du dafür stehen bleiben. Komm zurück. Jetzt bin ich oben. Jetzt bin ich oben. Ich bin oben. Dann bin ich oben. Ich bin oben. Der Boss hat irgendwo so ein Scheißleißer Vierge gemacht. Hm. Du kannst doch nicht schützen die Strecke. ist noch mal kurz unter was nicht vorwärmen die kommen wir selber hoch die rechte Zeit, bohr sie nicht weil da schon einer davor steht 300 und sobald du oben bist du mich verarschst? also du bist halt da oben oder nicht? da ist schon blau, aber genau vor dir hier steht genau unter uns im ernst? naja, die muss jetzt hier stehen, hat die noch angegriffen da und tot ist nur noch der da hinten und der Boss warte mal und der Boss kommt natürlich zu mir, der läuft Du hast noch das und was mit dir dann wird das ja, ich gehe jetzt mal drauf, aber ich bin Wulff 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 Aaaaaah WULFF Wulff Außer dem nicht richtig. Warte auf, was hier ist. Rente, ich mach was jetzt rum. Und jetzt haben wir auch 5. Ich bin nicht drauf gegangen. So. Müsste doch irgendwo noch einen Kurs hin. Da geht er. Nö. Also jetzt musst du aber hier drüben bleiben. Was hier drüben? Ja, komm komm. Ich renne gleich zur Kiste hinter ran, wenn du es schaffst. Ja, ich renne doch immer zur Kiste hinter. Ach so. Nein, da muss ich. Das ist mein Schutzraum da hinten. Halb weg. Ach so. Ja. Sie kämpft jetzt da alle hin. Also ich würde da so stören, Leute. Stören, Leute. Oh, du siehst ja, wo ich bin. Ja, ja. Das sieht man an der See. Braucht doch nicht zu gucken. Nein. Ja. ich werde gleich weggefordert habe ich alle Ich bin auch schon drüben, wirst du denn... Und warum ist er weggeportet, wenn ich drüben stehe und es gerade mal 20, 30, 40 Luftmeter sind? Hä? Äh, ein Stück vor, den musst du wegen des Sieges. Ich stand hier hinten in der Ecke. Aber hier hinten nehme ich. Und ich... Okay. Oh, Ende geht der Ring, gut, Leute. Äh, ich hab's noch. Und tauchen Geld haben wir schon. Alter, nicht so. Liga, sammeln wir das gleich auf. Ach, scheiße, ich muss mich heilen. Und dann muss ich eh mal ein paar Minuten warten, bis die Heilung wieder voll ist. Ah! Mein ist jetzt am düsten. Also, ein Zwergkuh kann man vorher vergessen, so wie es aussieht. Ah, ist ja nicht schlimm. Er wird sowieso immer vorher nicht gesammelt, alles. Was? Gute Leute sehen's nicht. Vorführer Effekt. Oh. 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 Was zielen die eigentlich auf dem Berg da oben? Welchen Berg? Na hier. Die zielen genau da oben, wenn sie nicht so. Für Angreifer oder so. Die anderen Hobbitzen waren auch so komisch, wenn ihr stellt. Gar nicht, wollen sie den Berg dann zum Einstürzen bringen. So. Man zielt genau auf diese komische Steine da drüben. Na ja, meine ich ja. Dann würde der Fels da nämlich runterkommen. Das würde alles komplett runterfallen, alles da. Das ist offen. Das aussieht auf irgendein Stück wehig oder so. Können wir auch oder was? Können wir auch oder was? Können wir auch oder was? Ja, Tag ist voll. Äh so, bei der Heilung bleibt ich immer heil. Wie gesagt, das Video müssen wir jetzt laufen lassen. Ja, bis jetzt haben wir noch den extra Kug. Bis jetzt haben wir noch den Video. Ah, hier ist der letzte Kug. Ah, hier ist der letzte Kug. Wo ist die Stopp? Haben wir jetzt alle? Dann haben wir doch gefeiert. Oh Gott, wie viel hier auch. Die Wohnung sind komisch verteilt. Oh. Begibt dich zum Helden-Hammer-Tor. Die muss hier unten stehen bleiben. So wird. Ja, das ist doch. Und die werden trotzdem hier im Kopf, der ich nicht machen kann. Na ja, ich hab doch. Ah, ich bin ja hochgebohrt. Oh, da ist der. Ja, zurück. Was ist denn der Dicke? Ich dachte, ich würde sagen, hier. Keine Frage an die Seite. Scheiße. Ach so. Ach so, ich war doch hinter mir die Kiste. Ach so, ich war doch hinter der Kiste. Ach so, ich war doch hinter mir die Kiste. Aber ich zieh doch den Scheiß-Boh. Mich wäre hinter hinter die Kiste, wenn du vorbeikommst. Weg da weg da bin ich. Weg da weg da weg da. Oh, dauerhaft. Ach ja. Wir sind doch mal rumgerannt. Wir sind doch mal um Pudding gerannt. Ach Junge hau doch ab du Lauch. Was ist denn sonst weg? Boah ey, immer das scheiß Spiel oder? Was? Zauberer. Du hast die anderen Zauberer ja? Ja ja, die ziehen aber kaum mehr. Das ist das Problem. So lange wir zum Schiff saubern können. So lange wir zum Schiff saubern können. Schnauze du Affe. Du bist doch dran. Wir haben nichts. Guck mal. Der bist doch zu uns. Der andere Fetter. Ich mein Fetten nicht was machen. Äh, der andere tot. Den suchst. Ja ich habe ein paar mehr temps genommen. Hast du hinterher und die Kiste noch öfter? Wie lange wie der Mache? Wie die Kiste? In der Ecke da Da ist keine Kiste, da ist nur Dings Na ja Da hab ich schon alles eingesammelt Ja Kannst du gerne abmurksen Ich mach mal noch ein bisschen Power-Tank Wenn ich jetzt hier um Pudding rennen Also ich zumindest Dass er nicht auf mich getriggert ist Der Held am längsten auch ist Der Fettsack Ich muss aufpassen, dass ich meiner ordentliche Weg komme Was gibst du mit Bratpfanne? Nein, Bratpfanne Nein, Bratpfanne Wenn du lustig bist, mach mal Super auf den von hinten Ich hab keine Super Ja, was weiß ich Ich habe gar nichts gerade Ja, aber gar nichts gerade Mann, zieh doch den Scheiß rein Stopp Da hast du was du laufst Hast du was du laufst Tja Meine Attacke schmeißt den stärksten Gegnerungen Stärksten Gegnerungen Ja, meine hat wohl doch nicht gespahnt Ja, meine hat wohl doch nicht gespahnt Stopp Und Akt abgeschlossen Das war nur 1. Akt auf Stube 6 Leute Ich muss mich dann erstmal wundert die Pfoten waschen Nee Lebe 91.000 so nachzuschaden Zweimal gefallen bist du und ich über 3 Mal Ja, 3 Mal Ja, 3 Mal Oh, knapp Level 15 Oh, knapp Level 15 Oh, knapp Level 15 Ganzhaft Ganzhaft Hm Machst du legendär, du Ich? Ja, legendärer Dings hier Kastalle Ja, das will ich auch nicht Das ist vielleicht die Belohnung für Schaden Oh, ich hab auch was legendärs Ja, stimmt ja Ich muss mich einfach in die Flossen marschen Wir machen mal erstmal weiter, dass ich hier beenden kann, du lauf Ja Hab schon weiter gedrückt Mehr kann ich nicht machen Ja, geht Also, mehr kann ich nicht machen So, gleich ja raus hier Mach da aber hier oder alles Erstmal hier ausmachen Ausmachen Das hier ist doch das war Wie bleib Was glaub ich Läuft Nein Ich weiß, was klar Ich mach auch was Ich war wie nicht ausschalte Das ist als das So, mal aufmachen, guck mal aufmachen. Ja, legt mich an der Bupel. Natürlich. So, den Rest kann man verkaufen. Das ist schön. Nur den Ring nicht. Dann haben wir jetzt noch das dritte legendäre Stück. Ja, ich nehme das. und wir haben es voll aufgerüstet juhu unter drittes legendäres die berühmte das ist mit stufe 5 der ring um nur gucken was meinst wenn es nur noch 15 ich glaube es aussieht wie eine heizkette so wie gesagt erst mal feierabend eine stunde 19 minuten sind wir dabei normalerweise dauert sehr länger auf der stufe man alleine machen muss weil es keiner hier spielen nicht mehr dieses lauchspiel so weil die anderen zu dämlich sind oder das aber wie gesagt erst mal feierabend ich wünsche euch noch mal das haut rein und tschüss